Hallo, ich bin Arthur. Ich bin ein begeisterter Familienvater und arbeite in einem kleinen Unternehmen namens Aldi. Lieber Thuramisu mit Freunden als Brokkoli alleine. Was ich wirklich hatte, sind Wecker, die einfach zu früh klingeln. Ich würde gerne mal mit Uli Hoeneß übers Leben philosophieren. So meine erste Bibel, die ich mal ganz durchgelesen habe. Jesus, das an allem interessiert ist, was mich ausmacht. Eigentlich weniger der Sonntagmorgen, sondern es ist meistens der Alltag. Das ist aber auch Alltags-Jesus. Mein Motto ist, am Ende des Tages klappt es immer.